Willkommen zur nächsten Runde Lost vs Damned, herzlichen Dank dass ihr eingeschaltet habt und dieses Mal spielen wir auf einem internationalen Flughafen, das ist auf diesem Dach hier, das ist mega nice das ist auch eine richtig coole Map, hier verstecke ich mich sehr oft, hier findet mich eigentlich fast, also sehr selten jemand und ja los geht's, 3 gegen 3, 4 Minuten, 4 Runden Alter, du bist immer die ganze Zeit raus, oh, doch nicht, jawohl 3 zu 2 sieht gut aus, das ist noch recht früh ich dachte gerade, das hat doch die ganze Zeit gedonnert, aber da war doch dann tatsächlich ein Spieler so, ein Basukaschuss geht, oh, haben keinen mehr gekillt, 6 zu 2, sieht gut aus, sieht sehr gut aus Runde Gewinner so, Runde Nummer 2, Lost vs Damned auf dem Flughafen sieht gut aus, die erste Runde haben wir locker gewonnen ich hoffe nochmal, dass es weiter geht wieder 5 zu 1, locker wirklich tatsächlich es gibt hier auch verschiedene Türen, wie man hier gerade gesehen hat da kann man auch einfach rein, manche wissen es echt noch nicht, dass es da reingeht und suchen dich dann ewig und man kann sogar noch hier die ganze Zeit rumlaufen was, komm mal, die stechen schon wieder alle ab okay, der kennt den Ort was? bis meiner wieder zuschlägt, man ich hasse das der versteckt sich was? oh, noch einer oh, das war der ja aber ich glaube, da war noch einer aber der ist jetzt erstmal weg oh nein, 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 der spawnt da kann ich nix machen oh, krass was? wieso schießt der nicht? und wieso schlägt der fünfmal daneben? wow was geht ab? locker runde gewinner runde nummer 3 lust vs. damnit nummer 3 gegner modus los geht's wir haben jetzt schon beide die allerersten zwei haben wir gewonnen also es sieht sehr gut aus ich geh mal wieder hier rein man kann sogar bis hier laufen ohne aus dem Spielgebiet rauszugehen ab hier unten geht's dann los oh shit, da kommt jemand was? und weiter geht's oh, da vorne ist jemand der wird direkt gekillt oh ich soll nicht los nummer 1 nummer 1 oh nummer 2 und nummer 3 krass man wusste doch, dass du immer bist nein runde gewinner runde nummer 4 loss vs. damnit alle drei haben wir bis jetzt gewonnen wenn wir die gewinnen war's was ist oh, da ist ein Engel oh fuck oh, Nummer 2 oh, hier ist jemand was? was? wie hat's mein charakter hingelegt, alter? siebriere die ganze Zeit hier ist jemand yes damit hat man nicht gerechnet, dass ich mich umdrehe bis jetzt nur drei kills eigentlich zum vergleich zu den letzten Runden im vergleich zu den letzten Runden eigentlich echt schlecht in dem Fall aber naja passt aber auch 15-0 locker so, ich spiel jetzt auf jeden Fall riskanter ich versteck mich jetzt nicht mehr ich werde jetzt hoffentlich versuchen mit meiner Machete zu killen oh, mein Daumen ist so am Arsch, man oh, der kann's halt xxxxx drücken oh, da ist jemand den versuch ich zu kriegen oh, fuck nein, da sind zwei nein da ist einer nein der ist vor mir oh, da ist jemand gekillt oh, war das knapp war echt sauknapp mit der Axt vor mir 25 Sekunden locker so, Leute Match gewinner es freut mich, dass ihr wieder eingehen habt, Leute wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu meinen Videos habt könnt ihr die gerne reinschreiben weil in den letzten Videos war mein Ton, meine Stimme auch immer so leise deswegen habe ich den jetzt auf jeden Fall lauter gemacht dass man es besser hört ich rede auch lauter ins Mikrofon und bei weiteren Verbesserungsvorschlägen könnt ihr es mir gerne sagen also, danke, dass ihr eingeschaltet habt bis zum nächsten Mal ciao ich freue mich ich kann man ich kann hier nie ich er ich ich ich